Oh hi, herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen Plotly-Tutorial. Heute mit einem neuen Diagramm, einer neuen Diagramm-Art, und zwar der sogenannten Scatter-Matrix. Die ist, naja, näher am Scatter-Plot dran offensichtlich als am Bar-Plot. Allerdings habe ich mir gedacht, ich hebe mir die für ein späteres Video ein bisschen auf, denn der Plot ist gar nicht mehr so einfach zu verstehen. Und ich dachte mir, Grundlagen, Scatter-Plot, Bar-Plot, sollte man schon haben, bevor man zur Scatter-Matrix übergeht. Das heißt, wir sagen hier aber tatsächlich nochmal, wir nehmen uns px.data.iris als Grundlagen-Datensatz und wir bauen uns den Plot fig3 als, und wir wollen natürlich auch fig3 am Ende zeigen, als Scatter-Matrix. Und die bekommen wir unter px.scatter-Matrix. So, und jetzt machen wir mal tatsächlich was, was vielleicht nicht erwartet wird. Wir machen einfach hier df3 rein, fertig. Mehr machen wir gar nicht. Das ist wirklich das Allereinfachste, was ihr so machen könnt. Ihr könnt einfach diesen Datensatz da reinhängen und mal gucken, was dabei so rauskommt. Und es kommt auf dem falschen Bildschirm. So, holy... Ja, ich sollte nicht fluchen. Aber das ist wirklich sehr, sehr viel, was man hier als Information bekommt. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich ein bisschen überfordert, was hier eigentlich passiert ist. Nun, tatsächlich wird hier einfach jeglicher Plot, den man sich vorstellen kann, erzeugt und dann natürlich auf die verschiedenen, ähm, naja, Möglichkeiten sozusagen übertragen. Das heißt, ihr könnt abtragen auf der x-Achse die Sepallänge. Ihr könnt abtragen auf der y-Achse die Sepallänge. Ist irgendwie klar, dass wir dann hier so eine Art, ähm, naja, gerade Linie haben. Und deswegen sieht sich das hier auch aus. Äh, durch... Wir tragen quasi auf der x-Achse die Sache, die unten steht ab. Oh, sorry. Ähm, die Sache, die unten steht ab. Äh, das heißt, im ersten Fall, hier ist jeweils x-Achse Sepalllength. Hier, 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 hier. Hier tragen wir die Sepallbreite ab. Und hier die Petallänge, die Petallbreite, äh, die Spezies, was ein bisschen argwitzlos ist, ne. Und wir tragen natürlich hier die Spezies-ID auch noch ab. Gut, die da können wir quasi schon mal rausstreichen. Die sind für uns nicht relevant. Ähm, das heißt, lasst uns hier mal reinzoomen vielleicht. Und zwar auf, ähm, diesen linken Bereich hier, weil wir die Spezies einfach nicht mehr brauchen. So, so sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. So, das heißt, wir haben hier die Sepallänge, die Sepalbreite, die Petallänge, die Petalbreite abgetragen auf. Sepallänge, Sepalbreite, Petallänge, Petalbreite, ähm, die Spezies und die Spezies-ID. So, jetzt seht ihr hier relativ direkt, was eigentlich miteinander irgendwie verbunden ist. Das heißt, wir können hier direkt sehen, okay, die Petallänge, beziehungsweise, äh, die Breite. Hier sehen wir quasi Petallänge in der X-Achse und die Petalbreite in der Y-Achse. Und hier sehen wir es genau andersrum. Hier sehen wir die Breite in der X-Achse und die Länge in der Y-Achse. Die hier auf der Diagonalen könnt ihr quasi ignorieren, weil die sind ja relativ witzlos. Da haben wir einfach dasselbe gegenüber demselben. Ist ja klar, dass die alle auf einer Linie liegen. Das heißt, das ist nicht relevant, das ist egal, das ist egal und das ist auch egal. Okay, und dann sehen wir aber auch hier unten so ungefähr, wo die jeweiligen Boxen sich so bewegen. Das heißt, wir haben hier eine, ähm, ja, einige Koordinaten sozusagen. Das heißt, die Länge ist eher so ein bisschen kürzer. Hier ist die Länge mittelmäßig und hier ist die Länge eher lang. Hier genau dasselbe mit der Spezies-ID ist natürlich genau dasselbe. Das heißt, den unteren Teil könnte man eigentlich hier auch rauswerfen. Dann kann ich das Ganze so machen. Das heißt, eigentlich sind nur diese hier relevant. Und jetzt ist natürlich doof, wenn ich die ganze Zeit hier irgendwie für euch so ranzoomen muss. Und dann haben wir das auch vielleicht nicht so richtig. Und ja, deswegen macht man das natürlich trotzdem so, dass man hier da auch die Scatter-Matrix so anpasst, dass man nur die relevanten Daten bekommt. Okay, und wie machen wir das? Naja, lasst mich das mal kurz im Code machen. Also, wir wollen hier natürlich weiterhin eine Scatter-Matrix haben, aber wir geben die Dimensionen an, die für uns irgendwie interessant sind. Dimensions. Und Dimensions kann natürlich alles Mögliche sein, was wir hier drin haben. Das heißt, ähm, ja, am besten printen wir uns nochmal ganz kurz die Columns vom DF3 aus. DF3.Columns. Und dann nochmal ganz kurz Exit, damit wir einfach nur wissen, was hier eigentlich zur Verfügung steht. So, show me. Dankeschön. Damit ich nur Copy-Pasten muss. Ihr wisst schon, damit es ein bisschen schneller geht. So, die Sepa-Länge ist definitiv eine Koordinate, die wir hier brauchen können. Und dann können wir eigentlich hier direkt Copy-Pasten und das hier so eintragen. Und ja, ich weiß, das sind jetzt andere Anführungsstriche, aber das ist mir egal. Ähm, was wir allerdings auch rauslassen können, ist die Spezies, beziehungsweise die Spezies-ID. Denn die wiederum, machen wir ganz clever, setzen wir als Farbe. Das heißt, wir sagen hier, Species ist unsere Farbe und dann bekommen wir quasi eingefärbt, was was ist. Und bekommen alle diese, diese Dinge hier, egal welche, welche Spezies es ist, in einem Plot angezeigt. Und dann können wir es relativ gut sehen, was eigentlich was ist. So, und so sieht das Ganze dann ein bisschen ansehnlicher aus. Okay, das heißt, das da kann man weglassen. Ähm, und das hier ist jetzt das, was wir tatsächlich uns angucken wollen. Wir sehen hier, okay, ähm, von der, von der Breite her, von der, also von der Diagonalen her, kann man es eigentlich wieder gedroht ignorieren, weil uns das eh nicht kümmert. Aber wir sehen hier relativ klar zuordnbare Gruppen. Wir sehen, hier kann man sehr, sehr gut entscheiden, okay, das ist jetzt eine Gruppe, hier, das ist eine Gruppe. Kann man sehr, sehr gut sehen. Im Endeffekt ist das sogar die Pedallänge gegenüber der Seepallänge und Breite. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, okay, ich kenne den Datensatz nicht. Ich muss den Datensatz aber auch nicht kennen, um die Objekte voneinander unterscheiden zu können. Das ist ja genau der Vorteil. Das heißt, ich muss mich gar nicht so tief einlesen. Es ist eigentlich sogar gut, wenn man sich möglichst wenig mit dem Datensatz auseinandersetzen muss, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ja, das ist natürlich hier ein Riesenvorteil. Das heißt, ich sehe, die blauen kann ich hier wunderbar als Gruppe machen. Und jetzt sehe ich hier auch schon tatsächlich die Features, die dazu führen, dass ich das blaue als Gruppe auslesen kann. Das heißt, ich kann quasi aus meinen Plots Rückschlüsse ziehen, was ich für Machine Learning Verfahren hier drauf anwenden kann, um diese Gruppen zuzuordnen. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, okay, eine Support Vector Machine kann das relativ gut unterscheiden eigentlich in diesem Plot. Ob das jetzt eine Setosa ist oder ob das was anderes ist. Genauso in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, diesem, diesem und diesem und vielleicht sogar in diesem und dem. Also eigentlich die blauen sind relativ leicht abtrennbar mit einem K-Nearest Neighbor oder mit einem EM-Algorithmus oder je nachdem, was ihr eben für Daten habt. Da kann man das relativ gut machen. Ich würde euch da mal ganz kurz noch meinen Machine Learning Theorie Kurs empfehlen. Der geht da noch ein bisschen mehr in die Tiefe, wenn ihr wirklich die Algorithmen kennenlernen wollt. Wenn ihr, ja, wenn ihr das wollt, dann schaut da definitiv. Was ich aber auch ablesen kann, ist, dass wenn ich die Sepal-Breite und die Sepal-Länge miteinander vergleiche, also diese beiden Plots hier, wenn ich die quasi aufeinander abtrage, dann ist es verdammt schwer zu unterscheiden, ob das Ding jetzt grün ist oder ob es rot ist. Sprich, ob es eine Virginica oder eine Versi-Color ist. Es macht, oder es ist quasi nicht möglich, daran irgendwas zu unterscheiden. Und deswegen würde ich mich da eigentlich auf die anderen Plots stürzen. Das bedeutet, ich würde die Petal-Länge mit der Sepal-Breite abtragen, dann habe ich das hier. Hier kann ich ungefähr eine Gerade ziehen und es sollte eigentlich relativ gut gemacht werden. Und dann habe ich sogar noch die anderen Koordinaten, wo ich das auch noch mit reinbringen kann. Das heißt, ich kann hier quasi so dreidimensional sagen, okay, ich trenne meine Kategorien im dreidimensionalen Raum und ich furchte hier wieder mal wild rum. Man sieht es allerdings trotzdem nicht, es tut mir leid, keine Kamera, aber es macht in so einem Fall auch nicht so viel Sinn. Das heißt, hier kann ich eine Gerade einlegen und dann habe ich schon mal eine gute Trennung. Also quasi hier eine, um die blauen abzugrenzen, hier eine, um das Ganze hier abzugrenzen. Und dann kann ich aber noch das Ganze auf den anderen Dimensionen machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme noch diese Dimension rein, wobei die nicht ganz so schön ist. Ich nehme noch diese Dimension rein, ich nehme noch diese Dimension hier rein. Und dann vielleicht sogar noch diese hier. Und wenn ich alle fünf miteinander vergleiche, dann habe ich auf jeden Fall einen doppelt, oder? Ähm, nee, habe ich nicht, weil ich die hier rausgelassen habe. Genau. Und dann habe ich eigentlich relativ schön eine Möglichkeit, das Ganze auf fünf Arten einzuklassifizieren. Dann nehme ich einfach sozusagen das Maximum. Das heißt, was ich mache ist, ich mache Machine Learning hier eine Gerade durch oder eine Support Vector Machine durch oder was auch immer ihr benutzen wollt. Oder ein KNN oder so. Hier was durch, hier was durch, hier was durch und hier was durch. So, wenn ich jetzt einen neuen Punkt bekomme, dann sortiere ich den bei allen meinen fünf Methoden. Das heißt, bei meiner Support Vector Machine hier, bei meinem EM Algorithmus hier, bei meinem K-Nearest Neighbor hier und was auch immer ihr sonst noch benutzen wollt, sortiere ich den neuen Punkt ein. Und nehmen wir an, er liegt wirklich ziemlich genau in der Mitte. Dann nehme ich einfach das, was quasi mehr sagt. Also, wenn ich hier zweimal Rot und dreimal Grün als Antwort habe, also zweimal Versicolor und dreimal Virginica, dann nehme ich natürlich Virginica. Aber ich sage dazu, ich bin mir relativ unsicher, was das eigentlich sein soll. Und so könnt ihr eure, ähm, insgesamte Konfidenz, also eure, äh, eure Wahrscheinlichkeit, wo was reingehört, eigentlich sehr, sehr stark definieren. Und das habt ihr alles einfach nur gelernt, weil ihr euch diesen Scatter Matrix Plot angeguckt habt. Ihr habt quasi gelernt, ey, was kann ich überhaupt an Metriken benutzen? Welche Dimensionen machen irgendwie Sinn, um sie mir überhaupt anzugucken? Ihr habt gelernt, diese Dimensionen hier, die Sepal Breite und Länge miteinander zu vergleichen, die ist relativ schlecht. Das heißt, die kann man eigentlich rauslassen. Die brauchen wir gar nicht mehr. Während die anderen fünf hier, die kann man durchaus nehmen und da drauf eben irgendwas vergleichen und dann irgendwelche anderen Algorithmen drauf anwenden. Okay, das war jetzt sehr viel Input. Ich würde euch empfehlen, wie gesagt, bei meiner anderen Playlist mal kurz vorbeizugucken. Ähm, Machine Learning oder Maschinelles Lernen in der Theorie heißt die. Einfach mal kurz reingucken und dann werdet ihr wahrscheinlich dort fündig, was die Algorithmen angeht, die ich gerade genannt habe. Und ihr kriegt da auch wirklich in Detail mathematisches Knowledge, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr das Ganze auch noch irgendwie hier im Code haben wollt, dann dürft ihr mir gerne schreiben, wenn ihr sowas braucht. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.